Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hattet ihr auch eigentlich schon mal diesen tollen Moment? Tinder, Netflix und Chill. Und dann kommt die erste große Enttäuschung. Das Gegenüber will eigentlich wirklich ein Film ausschauen. Und nicht das, was man sich erhofft hat. Aber die Sache ist, wenn man sich beim ersten Date gemeinsam einen Film anschaut, dann kann man wirklich richtig liegen und man kann die Zeit gemeinsam genießen. Oder das Gegenüber wählt einen Film aus, der einfach für die Situation überhaupt nicht passt. Und wir haben uns deswegen überlegt, wir machen heute in der neuen Depp und Deppert Folge einen quasi Date-Guide. Welche Filme könnte man schauen für ein erstes Date? Clint, welche Filme würdest du mit mir schauen wollen? Vielleicht Hachiko oder was anderes Schönes? Nein, ich glaube, er will dir eher gerade in die Fresse hauen, aber die Box-Film-Folge, die kommt noch. Weil wir haben uns natürlich gedacht, wir wären jetzt nicht wirklich Depp und Deppert, wenn wir wirklich einen Beziehungsratgeber raushauen würden. Deswegen machen wir heute die Folge mit den Filmen, die man am ersten Date auf gar keinen Fall schauen sollte. Also die schlechteste Filmauswahl fürs erste Date. Ja, scheinbar klappt mein Date hier heute ganz gut. Ja, nein! Er hat geschnurrt, er hat diesmal nicht gemeckert. Stimmt, das ist für dich schon mal was ganz Neues. Ich werde kurz ein Leckerli rauswerfen und die Katze nach draußen befördern, damit wir Ruhe haben. Ja, ich kann aber nebenbei ja schon mal erzählen, also ja, ich bin ja auch einer von denen, nicht einer von denen, die mit Tinder seine Dates ausgemacht haben, dafür bin ich ungefähr 100 Jahre zu alt. Zu hässlich? Nein, aber tatsächlich, ja, ich habe aber, hey, es gab damals, meine Zeit war Love at Lycos tatsächlich. Hat sich das über StudiVZ noch ausgemacht oder MySpace oder Steigenbranke? Oh, da gibt es, das war auch so eine Seite, wo dann so Profile waren, so und oft ohne Bild, manchmal mit Bild und, ne, was so für Vorliebe hat man angeschrieben und da konnte man chatten und ach herrje, war das alles aufregend. Und davor waren es tatsächlich Kontaktanzeigen in der Piste. Piste ist so ein Szenemagazin, was so überall gerade ausliegt, wo so drin stand immer so was. Piste, Piste? Das klingt eher so nach dem Datingportal für Golden Shower-Liebhaber. Nein, es geht um, ne, wenn man auf die Piste geht. So, und das war eben, was in Diskotheken los ist, ne, mittlerweile ist da nicht mehr allzu viel los. Und was so generell an Theater und was man alles machen konnte. Und das waren hinten auch so, also in der Prä-Internet-Zeit, ja, das gab es, liebe Kinder, waren da diese Kontaktanzeigen drin. Er sucht sie, sie sucht ihn, er sucht ihn, sie sucht sie. Und da habe ich dann mit einem Kumpel immer, hinten wieder mal so angeschrieben. Also wir haben nicht selbst eine Kontaktanzeige aufgegeben, wir haben immer so geguckt, wo dann so zwei Mädels waren, das gab es ja oft dann so, und ja, wir zwei würden gar niemanden kennen. Dann bin ich so, äh, 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 hingeschrieben. Mein Pech, muss ich sagen, also was heißt Pech? Eigentlich war ich ja in der glücklichen Situation jedes Mal, wenn die geantwortet haben. Schon verheiratet gewesen zu sein. Nicht verheiratet, nein, tatsächlich nicht verheiratet, aber tatsächlich gerade vergeben. Also es war, das Timing war immer so. Also es sind dreimal, äh, hatten wir, wir haben nicht so auf Sinn geschrieben, aber irgendwie von sechs Briefen wurden drei beantwortet mit, ja, wir wollen euch treffen. Und jedes Mal war ich gerade mit irgendeiner zusammen, was dann aber kurz darauf noch wieder vorbei war. Aber ich denke so, äh, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer kennt es nicht? Also ich kenne es so, wenn man so die ersten Verabredungen hat und nicht gerade essen geht und sich unterhält. Ähm, äh, also bei sich, wenn man das, äh, ne, die Dame zu sich eingeladen hat, oder vielleicht die Dame den Herrn, keine Ahnung, wie, oder der Herr den Herrn, oder den Transkender, was immer. Es gibt alles mittlerweile, ähm, und dann hieß es so, wollen wir nicht einen Film gucken? Ja, und da kann man ganz doll daneben liegen. Das geht übrigens andersrum jetzt auch, möchte ich nur ganz kurz vorher erwähnen, weil ich eine, äh, ein junges Mädel damals kennengelernt habe. Das ist also jetzt auch schon... Nein, ich mag gar nicht sagen, wie viele Jahre das her. Es ist, äh, es ist über 20 Jahre her. Ähm, ich habe sie in der Diskothek, äh, auf der Flirtparty angeschrieben. Und, ähm... Auf der Flirtparty angeschrieben? Ja, kennst du das nicht? Es gab, also, oh Gott, es gab es damals, gab es in Diskotheken, Flirtpartys bei uns. Flirtpartys heißt, jeder hat eine Nummer gekriegt, der rein wollte. Und dann lagen so Zettel aus, wo man denn der Nummer eine Nachricht schreiben konnte. Hm, ich finde dich ganz toll, ich stehe hinten betrunken am Tresen und warte auf dich. Nein, nein, also, ich hätte es eher glaubt, dass da so jeder seine Handynummer stehen gehabt hat und das ist so angeschrieben. Ich meine, ich kenne das nur aus dem Prater Dom in Wien, aus der größten, angeblich größten Diskothek Europas. Wir haben immer so diese Sachen gehabt, da hast du ein Armband dir bestellen können. Und, da hast du drei Farben gehabt, so quasi, Rot war, Achtung, Achtung, ich bin vergeben. Ja. Orange war, bleib lieber weg, außer du bist wirklich wer ganz was Tolles. Und Grün war, bitte fick mich am Häusel. Ja, das ist schon klar, das gab es auch, aber es gab eben, also, es war eben so ein Abend, wo es diese Nummern gab. Und ich, wie ich es in meinem Kurzfilm ja schon gesagt habe, sagen wir mal so, ich bin wieder Terminator in die Disco, check, sieht gut aus, sieht nicht so gut aus, zu fett, zu hässlich, Hängetitten. Hab mir dann die richtige Nummer... Und du hast dir nur die Männer angeschaut, das ist... Nur die Männer, ja, nein, nein. Nein, ich habe dann eine auch gesehen, die ich dann auch angeschrieben hatte und es kamen einfach keine Antworten. Und irgendwann ist Christian nach Hause. Und ich habe allerdings tatsächlich, es war, muss man sagen, es war die Zeit, da hatte noch nicht jeder ein Handy. Also es war wirklich, es war Anfang 2000, da hatte nicht jeder ein Handy, meistens nur so ein Klotz, ich auch nur. Und hatte dann meine Handynummer auch darauf hingeschrieben. Und bin nach Hause und habe am Sonntagnachmittag plötzlich eine SMS gekriegt. Eine SMS, liebe Kinder. Eine SMS. Das gibt es auch noch. Du hast mich gestern angeschrieben und leider habe ich das zu spät mitbekommen. Und hoch, ich würde dich ja gern treffen. Und habe die auch getroffen, habe mich mit der netten Lokal unterhalten. Und dann kam sie irgendwie zwei Tage später zu mir und brachte ihren Lieblingsfilm mit. Und ich habe auch mein Lieblingsfilm mitgebracht. Sie war nämlich leidenschaftliche Reiterin. Das hat dich wahrscheinlich an dem Abend dann nicht gestört. Das hat mich dann gestört, als sie dann nämlich ankam mit Der Pferdeflüsterer. Und nein, tatsächlich, ich muss zugeben, Der Pferdeflüsterer mit Robert Redford, Kirsten Thomas und der jungen Kirsten Stewart, glaube ich war es, ist kein schlechter Film. Um Gottes Willen, das ist kein schlechter, das ist ein gut gemachter Hollywoodfilm. Sicherlich ist er eigentlich eher für Frauen, aber er ist kein schlecht gemachter Film. Aber dieser Film geht weit über zwei Stunden und hat mir natürlich total die Tour versaut, weil es dann auch irgendwann dann relativ spät war und sie dann auch sagte, so, ich muss dann jetzt auch wieder nach dem Film. Nicht so. Und deswegen möchte ich eigentlich tatsächlich starten mit einer Warnung, Leute. Wenn ihr ein Date habt mit einer Person, bitte nehmt nicht, auch wenn es euer Lieblingsfilm ist, weil ihr ihn in eurer Kindheit an Karfreitag so oft gesehen habt. Die Herr der Ringe Trilogie. Nein, nein, ich wollte jetzt auf die Zehn Gebote kommen. Die Zehn Gebote mit Charlton Heston und Hugh Brunner. Ein großer Hollywoodfilm, ein großer Monumentalfilm. Also ich warne vor allen Historien und Monumentalfilmen von 1956, in dem es halt darum geht, wie das Leben von Moses, bis zum, ja, wer das Volk befreit und bis zu den Zehn Geboten, Charlton Heston. Großartig inszeniert. Eigentlich ein toller Film, aber auch ein Film, der, ich muss lügen, ich glaube, um und bei vier Stunden geht. Und somit absolut, ja, du siehst gerade auf DVD, hat er eine Laufzeit von 222 Minuten. Darauf kann man sofort einen trinken. Aber das ist, das ist natürlich, weil es eine Schnappszahl ist, aber das ist natürlich für einen Dehn der reine Tod, weil wenn sie oder er nicht eingeschlafen ist, hat derjenige schon keinen Bock mehr nach einer Stunde, weil die sind natürlich nach heutiger Sichtweise, der Film ist ja nun auch schon bald, geht bald auf die Zeit zu, dass er 70 Jahre alt ist. ist nicht unbedingt so, wie man heute Filme guckt. Übrigens, auf zwei DVDs verteilt ist er sogar. Ja, da muss man sogar nebenbei aufstehen. Das ist dann halt gerade bei einem Date vielleicht auch schwierig, wenn man so gerade dabei ist und dann will man halt in der Situation auch gerade nicht aufstehen. Ich muss aber auch sagen, das, was du gerade vorgestanden hast, ist auch etwas quasi wider dem Sinn, weil wer beim ersten Date ficken will, der kann keine Bibelverfilmung auftreten. Du, natürlich. Lernen wir jetzt einfach einmal vier Stunden, wieso wir in fünf Stunden in die Hölle fahren. Nein, also das Ding ist natürlich, ich kann so keine Bibelverfilmung nehmen, außer vielleicht, naja, wobei Passion Christi wäre vielleicht eine interessante Möglichkeit. Die hatte ich tatsächlich auf meiner Liste. Schade, tut mir jetzt leid, aber kannst du gerne übernehmen, dann übernehme doch schnell die Passion Christi. Nein, die übernehme ich nicht. Ich übernehme, glaube ich, den besten. Lass mich das zu Ende finden erst. Also, nein, natürlich könnte man die Passion Christi nehmen. Wenn man Pech hat, ist die andere Person aber so SM-mäßig veranlagt, dass das übel für einen ausgehen könnte im Nachhinein. Ich weiß nicht, hast du was gegen einen Dornenkranz am Schädel? Ja, es ist nicht so ganz. Gut, wenn wir dann eine Stufe tiefer gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Stopp, stopp, stopp. Um nochmal ganz kurz auf die zehn Gebote, ganz kurz. Das gilt jetzt, wie gesagt, für jeden Monumentalfilm. Also, es muss ja nicht nur biblisch, auch Cleopatra ist tabu, bitte, Leute. Auch Ben Hur, auch wenn das eigentlich ein ganz geiler Film ist, ist für einen Take bitte tabu. Aber das sollte selbstverständlich sein. Jetzt darfst du. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn wir gerade über den Dornenkranz gesprochen haben, wenn wir den Dornenkranz mehr oder weniger eine Etage tiefer verlagern, Human Centipede 2 ist vielleicht auch nicht wahnsinnig geeignet, aber dafür... Keine Detail. Dazu kommen wir später, weil ich wollte unbedingt... Also, meine Nummer 1, der für ein Date perfekt ausgelegten Filme Schindlers Liste. Ja! Immer wieder fröhlich. Am besten im Double Feature mit der Junge im gestreiften Pyjama. Dann ist die Stimmung so richtig dahin. Und dann noch so sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, mein Vater... Mein Opa ist auch im Krieg gefallen. Er war betrunken und ist vom Wachtturm gefallen. Dann hat man den Abend so richtig... Nein, um Gottes Willen... Den darf man eigentlich, glaube ich, heutzutage nicht mehr lachen, oder? Nein, davon darf man auch nicht. Nein, das ist... Ich gehe mich nachher in die Ecke schämen, okay? Auf jeden Fall. Nein, also um Gottes Willen. Nein. Nein, Schindlers Liste und auch der Junge im gestreiften Pyjama, das sind ganz fantastische Filme. Absolut. Absolut beides. Und beides Filme, also wo die einzigen Körperflüssigkeiten, die vorgetreten, werden Tränen sein. Und es ist tatsächlich so, dass ich bei beiden Filmen tatsächlich also da auch dann heulen würde. Also das gebe ich offen zu. Ich bin jemand, der bei Filmen auch weinen kann. Und es gibt so... Es gibt bei Schindlers Liste, gibt es diesen einen Moment für mich. Es ist so ein einziger Moment. Es ist der Moment, wenn er am Ende nämlich sagt, wer bereut, was er immer noch besitzt, womit er Lebenrette retten können. Das hat mich echt fertig gemacht. Du denkst so, Alter, boah, ist das übel, wenn du bedenkst, dass das... Ja. Und eben die Nummer nachher am Grab von ihm. Wenn wirklich die Original, die Überlebenden von damals, ihren Tribut zollen und da ans Grab gehen am Ende dann auf Spielberg. Das ist extrem bewegend. Und Junge schleifen Pyjama sowieso. Ich meine, da geht es um Kind, da geht es um Jungen. Scheiße, der Film war so arg. Ja. Ich habe das damals gar nicht gepackt, gar nicht gepackt. Vor allem, was ich bis heute nicht packe, ich habe den Film damals gesehen und ich war so beeindruckt davon, dass ich, obwohl das überhaupt nicht in dieses Spektrum passt, was ich hier auf YouTube beim Filmen-Review habe ich ein Video zu dem Film gemacht. Ich glaube, das hat 5000 Klicks oder irgend sowas. Das ist... Warum? Weil das ein Film ist, den niemanden kalt lässt. Ja, genau. Das lässt einfach keinen... Weil, wenn einen das kalt lässt, dann ist man ein... Arschloch. Dann ist man schon ein Idiot, würde ich sagen, ja. Dann ist man ein Arschloch, Idiot, sorry. Das darf einen nicht kalt lassen, gerade auch nicht. Also, das ist... Es ist ja auch noch... Da sagen immer alle, ich war ja nicht, ich war ja nicht beteiligt. Nein, ich auch nicht. Aber das Ding ist, überlegt mal, wie lange das nur her ist. Das ist noch... Das ist... Also, das ist jetzt noch immer keine 100 Jahre her. Es ist noch keine 80 Jahre her. Obwohl doch, naja, 80 schon. Also, in dem Rahmen. Aber, da haben unsere Großeltern teilweise schon noch... Die waren da. So in dieser Zeit. Und das ist... Also, es ist noch greifbar. Es ist bald nicht mehr greifbar. Es war... Also, es ist heute nicht mehr so greifbar, wie es noch zu meiner Kindheit war. So, als ich in den 80ern in der Schule war. Da war dann... Da hast du alte Lehrer gehabt, wo du weißt, die sind in dieser Zeit, wenn nicht nur aufgewachsen, vielleicht waren die auch... Wer weiß, ob da nicht der ein oder andere Nazi sogar dabei war. weil die waren da ja noch aktiv. Also, vom Alter her. Das darf man alles nicht vergeben. Also, es ist alles noch so greifbar. Und ich finde, das sind also... Es sind wirklich Filme... Buh! Ja, beim ersten Date... Ganz, ganz, ganz böse. Vor allem, ich sage, wenn du so einen Film auflegst beim ersten Date, die Stimmung kann nur in den Arsch gehen. Weil, in einem Fall hast du nachher eine Person vor dir, die entweder sagt, das hat jetzt nicht passt, ich bin jetzt nicht mehr in der Stimmung. Im anderen Fall hast du eine Person vor dir, die rährt und die sagt... Und im allerschlimmsten Fall hast du eine Person vor dir, die sagt... 1-11. Ich weiß, was du meinst. Und ich wüsste nicht, was schlimmer wäre. Letzteres wäre das schlimmste. Das ist ganz eindeutig. Ist das bewegt. Wenn die Stimmung im Arsch ist, ist das ja auch nicht unbedingt negativ. Zirp, zirp, zirp. Apropos Stimmung im Arsch. Ich würde sagen, wir wechseln einmal das Thema. Und kommen von diesem einen wahnsinnig angenehmen Thema zum nächsten. Ja, genau. Thema Sex. Ganz ehrlich, ja, natürlich darf man, wenn man auf Picken aus ist, dann darf man schon was nehmen, was ein bisschen ist. Aber bitte, nehmt nicht Basic Instinct. Ich hätte es geschworen, du sagst, die Filmografie von Laura Gämser. Nein. Dann könnte es zu Enttäuschungen kommen, wenn man dem Pferd nicht gerecht wird. Aber, ähm, nein, Basic Instinct, ganz ehrlich, ein großartiger Film von Paul Verhoeven, einer seiner besten, wie ich finde. Ich finde, Basic Instinct ist ein meisterhafter Thriller, Erotik-Thriller ja auch, also Erotik-Thriller. Es ist ein spannender Film, was durchaus legitim ist. Es ist ein Erotik-Thriller, aber ein Film mit einer Frau zu gucken, in dem die Frau ihre Liebhaber mit einem Eispickel ersticht könnte nach dem Film zu... Also, ich hab keine Eispickel. Du, ich würde, ich wäre jetzt bereit. Nee, lass mal. Ich weiß nicht, ob ich noch will. Spätestens, wenn sie dich ans Bett fesselt. Ja gut, das ist bei mir jetzt generell nicht ganz so oft passiert, wie vielleicht bei dir, aber... Basic Instinct, jetzt, ähm, deine Meinung dazu? Der Film ist geil. Ja. Der Film ist, der Film ist wirklich spannend, wirklich gut. Ich find's ja auch, äh, was ich am wahnsinnigsten find, ist, dass der, der Polizeikommissar, der in Basic Instinct herumhängt, derselbe Typ ist, der bei Jurassic Park dafür verantwortlich ist, dass die scheiß Dinos ausgebrochen sind. Äh, nein. Doch, Wayne Knight. Wayne Knight, ja, natürlich. Im, 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 im Verhörraum, ja. Ja. Der übrigens, der übrigens, und warst du mal, Bild, hast du mal gesehen, wie der heute aussieht? Nein. Das ist Wahnsinn. Wayne Knight, äh, war ja ein, sorry, das war ein Fettsack. Ja. So, und der hat irgendwann, im Laufe seiner Karriere, ich weiß nicht, ob das jetzt zehn Jahre her ist, oder der fünfte, muss mal gucken, ähm, also der Schauspieler hat noch, also der Schauspieler hat noch, den erkennst du aber kaum noch, weil der ist irgendwann zum Arzt gegangen und sein Arzt hat gesagt, also wenn sie ihn nicht abnehmen, dann haben sie ihn nicht mehr lange. Und dann hat er abgespeckt, aber wie? Und der ist konsequent und der sieht jetzt richtig gut normal aus, schon seit vielen Jahren. Ich muss das so abgefahren, also der hat, weil ich kenn, ich kenn ihn, kennst du dieses Gefühl irgendwoher? jetzt quasi noch als, als, als quasi den, den, den knuffigen Typen, vor allem nämlich, äh, vor allem nämlich in der, in meiner persönlichen, ich muss wirklich fast sagen, ich bin mit, ähm, hör mal, wer da hämmert und der Nanny groß geworden. Ich hab dann nachher die, äh, die, die, die Two and a Half Men und so weiter geschaut, aber meine Lieblings-Sitcom, ever ist, glaube ich, trotzdem immer noch hinterm Mond gleich links. Falls dir das was sagt. Ja, sagt mir was. John Lithgow, Joseph Gordon-Levitt und Wayne Knight als Love Interest von der Tochter und er war großartig in der Serie. Wie sah er da aus? War er da noch dick? Na, End-90er, also. Ja, war er da noch dick, ja. Dann, 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 geh mal ganz nebenbei, während wir hier sprechen. Einmal auf die IMDb-Seite und guck dir mal sein, sein Profilbild an und dann sei erstaunt. Ich meine, du kennst das vielleicht irgendwoher, die Geschichte von einem fetten Kerl, der irgendwann beschließt, abzunehmen, damit er vor der Kamera gut aussieht. Hast du das schon mal irgendwo gehört? Ja, das ist beeindruckend. Ich meine, er schaut, sagen wir mal so, schlank ist er immer noch nicht, aber er schaut gesund aus. Und das ist sehr schön. Du versuchst gerade abzulenken, oder? Was meinst du? Naja, der fette Kerl, der irgendwann beschließt, abzunehmen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja, aber das Problem ist, dieser fette Kerl, der beschlossen hat, abzunehmen, Der kommt zurück. Ist der nicht der jetzt wieder fetter ist? Willkommen in meiner Welt. Welcome to my world, bitch. Ja, ich bin ungefähr drei Lockdowns von meinem Idealgewicht entfernt, muss man sagen. Naja, in drei Lockdowns haben wir den guten Alten. Mein Jahresvorsatz war, fünf Kilo abnehmen. Hey, noch acht Kilo. Nein, schaut gut aus. Und das freut mich. Ich finde, er ist ein unglaublich cooler, wahnsinnig sympathischer Schauspieler. Ich mache den auch. Und ich freue mich, dass es ihm so gut geht. Also, wie gesagt, wenn man das liest, dem ging es wirklich, das war schon gesundheitlich bedenklich bei ihm tatsächlich. Aber das nur nebenbei. Okay, aber so arg habe ich das bei ihm eigentlich nie empfunden. Nee, war aber tatsächlich dann so. Weit unter Ottfried Fischer Niveau zum Beispiel. Ja, okay, das mag sein. Gut. Was hast du denn für uns noch? Wie wäre es mit I spit on your grave? Generell finde ich, Vergewaltigungsfilme sind eine grandiose Idee für ein erstes Date. Schau mal. Ob es der ist, ob es Last House on the Left ist. Und generell, also, ich hätte ja in dem Fall, weil ja, sagen wir mal, das moderne Publikum ja jetzt nicht unbedingt so mit den Filmklassikern umgehen kann, hätte ich ja auch tatsächlich wirklich eher das Remake nominiert. das bringt dir sicher, ich sage mal, mindestens 30 Minuten schweigen. Das bringt dir sicherlich, dass du da, also wenn du jetzt, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt mal nicht von einer Dame auf, die du auf der fiesesten Gothic-Dark-Party aufgegriffen hast, sondern wir gehen jetzt davon aus, dass wir die süße Plantine haben, die schon... Nein, davon gehe ich eigentlich und setze ich nicht aus, aber normal halt. Nein, also so, und dann, okay, wir gucken mal einen Film. Und das ist ja so nett, wie die da in den Urwald ver... Was passiert jetzt? Nein, also, ein Split on your grave, also das Remake, ist einer der wenigen Filme, wo ich, als ich ihn dann ungekürzt zu Gesicht bekommen habe, wirklich das da saß und ich weiß noch, wie ich laut sagte zu mir selbst, mein Gott, wie ist die denn drauf? So, weil, natürlich, das ist unmenschlich, was sie mit ihr gemacht haben. Es ist wirklich unmenschlich, aber so, wie sie abgehen, also, wie sie sich rächt. Alter. Also, die Szene mit der Schrotflinte und der Badewanne, das ist, da hat sie, da hat sie aber schon kurze Zeit, einmal kurz aus dem Wald rausfahren müssen, bei John Cramer Nachhilfestunden nehmen müssen. dass sie das auf die Beine stellen kann, im wahrsten Sinne. Aber ich mag das Ding, ich mag aber auch tatsächlich, also, das Original finde ich jetzt auch nicht so prall, ich finde tatsächlich das Remake deutlich unterhaltsamer. Das Remake ist wesentlich besser. Aber auch nur, aber auch nur den ersten. Ja, natürlich. Also, die anderen beiden, finde ich, braucht man nicht. Also, ich finde tatsächlich, dieses Remake, das ist, ob man das jetzt als fucking hell, ob man das handlungsmäßig als guten Film bezeichnet, natürlich nicht, aber, der ist so inszeniert, dass es total gut funktioniert und dass er die niedersten Instinkte anspringt und dass du echt so sitzt, Alter, so, aber natürlich gönnt man es, das, was sie macht, das ist schon, das ist die niederste Form von Gewaltverherrlichung, die es gibt und das macht schon Spaß, aber nicht beim Date, um Gottes Willen. Aber wenn man Frauen eine Freude machen möchte, dann würde ich doch empfehlen, man nimmt auch mal, was Spannendes kommt doch gut an. Vielleicht was mit einem Mörder. Mit einem Baniac. Maniac, aber das ist doch harmlos. Weiß ich nicht, ob das harmlos war. ich glaube, das Original wird heutzutage, wenn du es dir heutzutage mit einer jüngeren Dame anschaust, ich glaube, die wird einfach nur gelangweilt da sitzen, weil die Einstellungen sind zu lang und es passiert zu wenig und die Musik hat zu wenig Action und Dings. Das funktioniert vielleicht einfach nicht mehr. Dann nimmt doch einfach Alexander Arias Maniac alternativ. Für so eine oberflächliche Fotze kann man auch sowas nehmen. Magst du einen Film mit Frodo sehen? Sie freut sich auf Herr der Ringe und dann kommt das. Elijah Wood? Du fandst Faculty witzig und mochtest Deep Impact? Ich habe einen tollen Film für dich. Man sieht ihn allerdings nicht so oft. Aber Alter, ganz ehrlich, ja, nein, sorry, also Maniac von 1980 mag natürlich viele von einem jüngeren Publikum, die nicht mit diesen Serienwohnen entlangkommen, langweilen. Aber wenn du jetzt natürlich meine Generation bist und ich, also ich habe ihn mir mit meiner Frau vor vielen Jahren angeguckt, als sie noch nicht meine Frau war und sie fand ihn richtig gut und sie war jetzt, also auf richtig harte Horrorfilme stand sie nie. Aber Maniac fand sie geil. Ja. Weil sie auch so das, oh, so und das Remake, das habe ich ihr noch gar nicht gezeigt, fällt mir da raus, das muss ich ihr mal zeigen, weil das ist ja, das ist ja so perfide, weil, also während der alte Maniac ja dieses, von diesem, der schmutzigen Stadt lebt, damals dieses dreckige New York und eben, und Joe Spinell, der wirklich unglaublich geil diesen Psychopathen spielt, der ja, allein wenn er auf dieser Bettkante sitzt und rumwimmert, minutenlang, ist das so, das ist schlimmer als jeder Effekt in dem Film, die übrigens großartig sind, also es ist ja ein sehr düsterer Film, das Remake allerdings, was dich quasi, weil du es aus der Sicht von Maniac, von Frodo siehst, ja zum Täter macht, das ist auch ein Film, der mich tatsächlich, und ich habe, als der 2012 rauskam, ich habe ja schon wirklich vieles, vieles gesehen, aber der hat mich nicht kalt gelassen, das habe ich so jetzt auch noch nie gesehen, das ist, das ist wirklich, ich hatte ein so ungutes Gefühl, diesen ganzen Film, schon am Anfang, wenn er, wenn er, der Frau hinterher fährt erst nur, und ihr dann im Treppenhaus auflauert und sie dann skalpiert, und du bist da so, denkst du, ich, das hat ja, du hast ja die Suggestion, dass du das bist, weil du ja deine Sicht hast, das ist schon eine ganz krasse Nummer, und damit würdest du natürlich jedes normale Date vergraulen. Ja, aber, ich hätte da auch noch einen ganz guten Tipp. Ja? Ich glaube, was Gemütliches. Was Gemütliches? Ja, vor allem, wenn man sich denkt, was natürlich sehr nett ist, wenn man ein Date hat, und man fährt, so in eine gemütliche Hütte im Wald, und man möchte abgeschieden sein von den Einflüssen der Großstadt und einfach einmal nur gemütlich, gechillt, Zeit zu zweit verbringen. Ja? Und dann schaut man Antichrist. Lars von Trier ist für ein erstes Date und da ist es relativ egal, was man da eigentlich so nimmt. Außer vielleicht, man nimmt, oh Gott, wie heißt der mit Kirsten Dunst und Kiefer Sutherland? Ist das Mag, heißt der Mag, nee, ich weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Melancholia, Melancholia, ja. Das ist so der einzige Lars von Trier Film, der mir jetzt einfallen würde, wo ich sagen würde, das wäre okay. Ja, nein. Weil der auch natürlich nimmt. Ja, aber ich meine, Hardcore-Inserts, während das Kind aus dem Fenster springt und dann sind sie in der Hütte im Wald und man sieht, explizit, wie sie ihn mit einem Holzscheit den Summer Battle of Work Zustand zurücksetzt. Das ist, ja, aber ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, ob Nymphomaniac eine bessere Wahl wäre. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, bei Nymphomaniac, wenn du dir das beim Date anschaust, dann stirbst du an Neid. Das zum einen und zum anderen, also, wenn sie dann geil wird. Ja, und du dir denkst, ja, pass, die Hälfte von dem kann ich dir auch bieten. Dann kannst du nur enttäuschen, bist unter Druck und wenn sie das geil findet, weißt du auch so ein bisschen so, echt jetzt? Hm, fände ich dann auch komisch. Aber nein, also generell auch The House, Jack Bills und so, Lars von Trier ist halt echt und auch nicht massenkompatibel. Man sollte ja immer beim ersten, wenn man jetzt ein erstes Tät hat, muss man ja davon ausgehen, dass die Person eigentlich normales Zeugs guckt. Das kann ja auch eine sein, die dann sagt, gibt es das Dschungelcamp? Na. Wenn du Hoden schlucken möchtest, dann mach, aber guckst du nicht im Fernsehen. Ja, wobei, du wärst dann aber trotzdem auch immer noch böse, wenn sie reinbeißt. Das wäre ich definitiv, ja. Aber wo wir bei Hoden schlucken und ekelhaften Sachen sind. Danke, das war die heutige Folge von Depp und Depp. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns nächste. Nein, 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 nein. Jackass. Oida. Das stimmt. Jackass gucken und wenn sie anfangen, dann so die Eiswaffel zu nehmen und den gelben Schnee reinzufüllen und zu fressen, lautlos lachen. den Scheißrack habe ich echt noch nie ausgehalten. Das kannst du auch nur mit gleich gesehen. Ich habe also diese Filme auch nie an einem Stück ausgehalten. Ich habe damals, als es auf MTV als Serie lief, haben wir das mal so 20 Minuten geguckt und vor allen Dingen gab es in Lübeck eine Disco, das Buddy and Soul. Die hatten immer eine Leinwand mitten in der Disco und da haben die ohne Ton MTV immer gezeigt, so Musikvideos, aber irgendwann lief Samstagsabends keine Musikvideos mehr, da lief Jackass und du hast während die Musik nicht vor der Tanzfläche, hast du ständig diese Ekelvideos gesehen. Das war äußerst unterhaltsam. Und das funktioniert auch ohne Ton, aber nein, also Jackass ist, wie ich finde, auch eine Sache so, sollte man sich zweimal überlegen. Ja, wobei, was man sich definitiv zumindest dreimal überlegen sollte, wäre Uhrwerk Orange. I'm singing in the rain, but just singing in the rain, but, but. Ja, großartig. Herrlich. Stanley Kubrick war ja ein Wahnsinniger, muss man ja sagen. Ja. Also der hat ja im Endeffekt nachher die Ehe von Tom Cruise und Nicole Kidman zerstört mit seinen letzten Dreharbeiten von Eisweitschaft, wo er irgendwie allein, wo Tom Cruise nur durch eine Tür gehen sollte und das irgendwie hundertmal oder noch mehr hat machen lassen, weil er nicht zufrieden war. Er soll nur durch die Tür gehen und die Dreharbeiten ja auch in die Ewiglänge gedrückt haben. Und auch, ja, Uhrwerk Orange ist natürlich völlig krank und Malcolm McDowell ist einfach wow in diesem Film. Also, beide Formen von Anfang und wie er sich nachher wandelt, das ist Wahnsinn, das Schauspiel ist gut, aber es ist natürlich auch ein Film, nein, 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 ist schon ein bisschen doll und eben was, auch diese ganze Umerziehungsmethode, nein, nein, aber generell würde ich Stanley Kubrick beim ersten Date also da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, welchen ich da zeigen sollte, auch Shining oder Full Metal Jacket würde ich sagen, auch von Fairy Lippen wäre auch zu langweilig, schön Full Metal Jacket zeigen und Krapfen hinlegen. Full Metal Jacket und nach dem Film hoffen, dass sie sagt, nie so horny, nie so horny, aber das wird nicht passieren, nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren, nein, es wäre im besten Fall Schlafi, Schlafi oder Taxi, Taxi, ein weiterer Film, den ich absolut nicht beim ersten Date empfehlen würde, ist eine Seth Rogen Komödie, alle, nein, generell nein, Seth Rogen, ich mag, also natürlich nicht alle, es gibt auch, es gibt bei Komödien ist es aber immer so, dass du niemals alle von einem gewissen Komiker magst, aber ich mag einige von seinen Filmen, aber welchen ich auf gar keinen Fall beim ersten Date empfehlen würde, ist der erste große Seth Rogen, nämlich beim ersten Mal. Ja, 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 weil es ein Film ist, in dem sich der wenig ansehnliche Seth Rogen in die recht hübsche Katharine Hagel, ja, sie haben irgendwie, sie treffen sich in der Disco, es gibt viel Alkohol und sie landen gemeinsam im Bett und sie ist schwanger. Ja, ich finde generell Filme über ungewollte Schwangerschaften sind womöglich beim ersten Täter nicht das. Das meine ich damit, das ist so, hm, das sollte man sich überlegen, man kann Seth Rogen Filme nehmen, dann nimm Superbad oder solche Sachen, das ist ein schöner Lacher oder das Ding jetzt hier mit Charlize Theron Longshot ist auch super lustig, aber auf gar keinen Fall nicht beim ersten Mal, das ist keine gute Man muss ja nur schauen, wie man im Fall darauf reagiert, wenn am nächsten Tag macht sie Schwangerschaftstest und oh Gott, positiv, was ist jetzt und du sagst, Schatz, ist kein Problem, da habe ich noch einen Film, Rosemary's Baby. Ja, das ist für schwangere Frauen übrigens generell der beste Film, ne, lass uns Rosemary's Baby gucken, übrigens ein ganz toller Film, wie ich finde, ich weiß nicht, wie du zu Rosemary's Baby stehst. Ich habe ihn einmal gesehen, es ist Ewigkeit, es ist Ewigkeit. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen, ganz kurz abschweifend, als ich Kind war, also was ist Kind, also so zwölf im Fernsehen so und konnte gar nichts damit anfangen, fand das irgendwie so interessant, aber ich habe ihn jetzt tatsächlich als er vor ein, zwei Jahren kam er auf Blu-ray raus nochmal und dann habe ich ihn wieder gesehen und das ist ein verdammtes Meisterwerk. Der Film ist ja so gut und der funktioniert aus psychologischer Ebene, der Horror funktioniert ja auf ganz andere Art wie sonst, aber der funktioniert. Alter, ist das gut, ist diese Hausbewohner bedrohlich und sie tut einem so leid und das ist ein geiler Film. Ja, wobei man halt grundsätzlich sagen muss, ich bin halt ein bisschen vorsichtig, wenn Roman Polanski was mit Kindern macht, aber ich hätte an der Stelle einen anderen Film nominiert, der finde ich für das erste Date auch absolut prädestiniert ist, Misery. Ja, dann sage ich mal, landest du am Ende im Bett. Ja, aber ich glaube, ich freue mich dann nicht so drüber. Aber das ist dann, aber wie sieht das dann aus? Du liegst dann da im Bett und sagst dann, ich habe hier einen Stick mit dem neuesten Zocki-Platz der Kragen-Video und sie darf ich schon vorab sehen, bevor es veröffentlicht wird und du natürlich, ich warte deine Meinung ab und dann kommt sie wieder rein. Du fandst, du fandst Twilight scheiße? Bam! Fuß getroffen. Weiß nicht, weil das wäre ja die Alternative. Nein, Misery, doch, ich glaube tatsächlich, dass unter normalen Umständen Misery gehen würde. Ja. Also das ist, da übertreiben wir jetzt ein bisschen. Ja, wobei trotzdem, allein die Situation, dass dann jemand im Bett ist, vielleicht im, das überlasse ich der Interpretation, besten oder schlechtesten Fall, im Bett gefesselt ist. Oh. Aber das überlasse ich jetzt nicht mehr der Interpretation, im aller schlimmsten Fall, jemand anderer mit einem Hammer vor einem steht. Mhm. Es kann, es kann schon ein bisschen aus dem Ruder laufen. Definitiv, also das, das will ich nicht, das, das muss ich auch sagen, aber natürlich ist es eigentlich sinnvoller, was Lustiges, auch was Lustiges zu zeigen. Also lustige Filme kommen meistens gut an. Man sollte nur, man sollte nur aufpassen, dass man den richtigen Humorton trifft. Und natürlich könnte man eine Spoof-Komödie nehmen und so nackte Kanonen und so, das würde die Stimmung auflockern. Welchen ich nicht empfehlen würde tatsächlich, ist Scary Movie 2. Oh, ich habe jetzt was anderes gedacht. Nein, nein, weil Scary Movie 2 wirklich nur aus Ekelkotz und im Falle des Butlers, der von Chris Elliot gespielt wird, der dann irgendwie den Tutan sagt. Ja, aber das Problem ist, das Problem in deinem Fall wäre ja, ich könnte ja gar nicht mehr erotisch werden, weil ich müsste ja die ganze Zeit lachen. Ich mag Scary Movie 2. Echt? Ich finde tatsächlich Scary Movie 2 ganz, ganz furchtbar. Also ich fand Scary Movie 1 okay, aber das 2 fand ich ganz furchtbar. Wobei, tatsächlich muss ich an der Stelle einwerfen, wie du gemeintest, so Komödie und Spoof-Komödie und was man auf gar keinen Fall schauen kann wegen seinem Humor. Ich hatte ja schon 100% damit gerechnet, dass du sagst, Postal. Ja, Postal ist natürlich auch ein Ja. Vielleicht auch nicht fürs erste Date geeignet, aber ich trotzdem immer noch der Meinung bin, es ist der beste Ball. Ja, so viel Gute hat er ja auch nicht gedreht. Ich mag den Film, ich mag den. Der war witzig. Irgendwie will mein Kater jetzt nicht mehr raus, okay, dann musst du hierbleiben. Ja, ich mochte Postal auch irgendwo, weil er witzig ist, aber ja, das ist natürlich viel zu derbe Humor drin, auch wie da, das ist ja noch krasser als Skyrimovie 2. Nein, würde ich beides nicht auf dem ersten Date nehmen. Also man muss ja auch ein bisschen feinfühliger sein. Echt? Und deswegen würde ich als Ich glaube, rein raus, dann ist es mit den Gefühlen mehr oder weniger eh auch schon fertig. Was hast du denn noch? Ah, was ich auch noch habe, was auch was ganz was Tolles ist, weil ich finde, ähm, dass das Gefühl der Sicherheit was ganz Wichtiges ist, vor allem zu Hause. Ja. Dass er diese, äh, quasi der geistige Heiligenschein über dem eigenen Zuhause. Ja. Und das darf ja niemand angreifen. Deswegen finde ich Funny Games ziemlich interessant. Oh ja, Funny Games ist ein großer Spaß, der die Stimmung auch so richtig hebt. Und wo man sicher nachher nicht noch einmal dreimal durchs ganz Haus rennen muss, um zu schauen, ob eh alle Türen zu sind. Ich glaube, nach Funny Games ist der Abend ganz schnell beendet, weil das ist ja auch ein richtiger Rundentz. Ja. Ja. Spätestens, wenn wir acht Minuten lang die Mutter am Kreischen sehen, nachdem ihr Sohn erschossen wurde, da ist aber auch dann wirklich die Belastungsgrenze beim Zuschauen auch erreicht, muss ich sagen. Das nervt mich dann aber tatsächlich auch. Da war ich dann auch schon tatsächlich bei dem Film genervt. Und nicht mehr so, ja, ich finde es jetzt ein bisschen gewollt. Ich bin auch kein großer Harnicke-Fan, muss ich gestehen. Deswegen sehe ich den Film auch ein bisschen differenzierter, wie viele andere die sagen, Fanny Camps, was für ein Meisterwerk. Nein, finde ich gar nicht. Ich finde, dass er tatsächlich beklemmend ist, dass er super gespielt ist, gerade von den beiden Killern. Aber ich finde, dass er mir teilweise zu künstlich wirkt. Ja. Aber das ist Geschmackssache. Ja, vor allem, aber finde ich, dass es im Remake fast noch ein bisschen böser und bedrohlicher ist. Ja, das habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen. Du meinst das Ding, das Ding, was er in Amerika gespielt hat. Tim Roth. Tim Roth und Naomi Watson. Ja, genau. Das ist eben wegen der Hollywood-spezifischeren Inszenierung und wegen dem, weil Harnicke ja grundsätzlich etwas genreunkonform inszeniert. Deswegen ist es vielleicht im Original ein bisschen mehr anstrengend. Im Remake ist es ein bisschen sauberer. Das hat er aber auch inszeniert. Aber eben, aber dafür böser, weil für das, was die, was quasi die Hollywood-Remake-Konventionen sagen, ist das, was er zeigt und das, was er macht, dann einfach noch böser. Weswegen ich zum Beispiel sage, einen möchte ich noch reinwerfen, übrigens, der sicher auch ganz toll kommt. Ja, einen habe ich auch noch. Auf einem ersten Date, Oldboy. Ja. Vor allem dieser langgezogene Dialog am Ende mit dem, was dann rauskommt, ist sicher fantastisch. Aber ich wollte es eigentlich eben nur deswegen sagen, weil ich eine Lanze fürs Remake brechen möchte. Ja. Weil ja so viele Leute sagen, das Oldboy-Remake ist eines der schlechtesten, eines der unnötigsten Remakes aller Zeiten. Nein. Es ist ein guter, spannender, wirklich toll inszenierter Film. Ja. Für alle, die das Original nicht kennen. Richtig. Aber Oldboy ist auch innerhalb dieser Trilogie, der Vengeance-Trilogie, mit Abstand der Beste. Ja. Ja. Ich finde die anderen beiden relativ anstrengend. Oldboy ist einfach, ist der durchdachteste und ist auch der, der am meisten bewegt irgendwo. Also die anderen beiden sind teilweise, die sind nicht schlecht. Sind okay. Aber sie sind schon so, ja, sie brauchen ein bisschen arg. Ja, nein, sie sind ein bisschen langweilig. Sie haben, sie haben vor allem nicht diese, diese Wendungen, die Oldboy einfach aus dem Hut zaubert. Das stimmt. Ich möchte meine Vorstellung, also meinen letzten, du hast ja dann gleich noch einen, sicherlich. Ich möchte meins beenden mit einem Film, den ich mit 14 Jahren im Kino gesehen habe, wo ich übrigens froh war, dass ich ihn im Kino sehen konnte, weil er war, er ist auch heute noch ab 16 freigegeben und ich hatte Glück, dass ich die Kino gerade bekommen hatte. Es war ein Montagabend und ich saß im Kino und hatte mich gefreut, einen Film von Danny DeVito zu gucken, also Regie Danny DeVito und der spielt auch mit, der Rosenkrieg. Ah, ist es Kramer und Kramer? Nein, 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 der Rosenkrieg ist quasi die Komödienvariante, die sehr schwarze Komödienvariante mit Michael Douglas und Kathleen Turner, die, ja, die, die, die Roses sind und zwar Danny DeVito ist ein Scheidungsanwalt, ein sehr erfolgreicher und der hat einen, einen Kunden bei sich und er redet ihm ins Gesicht ihr Gewissen. Also, haben sie sich das gut überlegt mit der Scheidung? Ich erzähle ihnen jetzt mal die Geschichte von zwei Freunden von mir, den Roses und dann siehst du quasi, also erzählt von Danny DeVito die Geschichte, wie sich Michael Douglas und Kathleen Turner kennenlernen, so die typische, also als wenn du auf der Jagd nach den grünen Diamanten guckst, so sympathische Figuren, die dann, sie landen im Bett, er bereitet dir einen Multi-Orgasmus und sie ist völlig begeistert, sie ziehen zusammen, sie haben kein Geld, er wird erfolgreicher Geschäftsmann, sie ist gelangweilte Ehefrau und irgendwann kriegt er einen Herzinfarkt und liegt in der Klinik und sie kommt ihn nicht besuchen und er kommt dann irgendwann aus der Klinik nach Hause und sagt, warum warst du nicht da? Konntest du es nicht ertragen, mich so zu sehen? Sie sagen, nein, ich konnte es nicht ertragen, mich zu sehen. Ich konnte es überhaupt nicht ertragen, mich zu sehen, ich will die Scheidung. und er ist völlig außer sich und kann überhaupt nicht verstehen, weil er eigentlich so ein arroganter Sack geworden ist, warum sie ihn nicht mehr liebt und er sagt so, nee, und sie so, du kannst alles haben, ich will nur das Haus, weil das habe ich komplett ausgestanden und er so, nee, das Haus kriegst du nicht, ich bleibe hier, wir gehen bis zum Äußersten und dann teilen sie das Haus in Bereiche ein, also sie beginnen eben den Rosenkrieg, also sie beginnen sich richtig zu bekriegen und das so derbe, dass das Studio damals, 20th Century Fox, Danny DeVito angehalten hat, den Film umzuschneiden, weil er zu derbe war. Was ursprünglich drin war noch, das kann man heute nur erahnen, also der Film musste massiv umgeschnitten werden, um nicht so böse zu sein, trotzdem ist er immer noch herrlich lustig, er ist immer noch sehr, sehr böse und ein großartiger Film, also eine Mischung aus Drama und Komödie, in dem wirklich, also es beginnt als romantische Liebesgeschichte und es endet damit, dass sie sich quasi die Köpfe einschlagen und das ist wirklich geil, aber es ist eben kein Film, den man so als Frau schon so, hm, frisch verliebt, lass uns mal angucken, was daraus wird. schlechte Wahl, aber generell eine gute Wahl als Film. Ich würde jetzt einfach nur ganz kurz am Ende, wirklich für einen schnellen Appendix, The Greasy Strangler einwerfen. Ja, den habe ich tatsächlich nie gesehen. Ja, das ist was relativ Grausliches. Das glaube ich. Mit Fett und Leuten erwürgen und mehr habe ich mir eigentlich auch irgendwie gar nicht gemerkt, aber ich hatte Spaß bei dem Film, aber ich glaube trotzdem nicht... Das ist so denklich. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das ein wirklich geeigneter Film für das erste Date ist. Absolut nicht. In diesem Sinne, was definitiv für ein erstes Date nicht geeignet ist, das ist ein Podcast von Depp und Deppert, aber falls ihr übrigens in Kürze mal ein erstes Date hättet, probieren wir das mal aus, so wir vier gemeinsam. Legt eine Folge Depp und Deppert auf und schreibt uns danach eure zehn besten Scheidungsgründe in die Kommentare. Ab welcher Minute ist sie euch davon gelaufen? Wir wissen es nicht. Wir wissen auf jeden Fall, wir müssen nicht weiter als Zahlen. Auf fünf... Wahrscheinlich drei Sekunden, bevor man die Werbung wegklicken konnte. Ich glaube, es war zwei Sekunden, nachdem man dein Gesicht gesehen hat. Aber lassen wir das... Immerhin zwei Sekunden durchgehalten, das ist schon neuer Richtung. Ja, ich glaube, aber in den ersten zwei Sekunden haben wir noch nicht gesprochen. Naja, lassen wir das. Das war die heutige Folge Depp und Deppert. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß. Das waren unsere schlimmsten Filme fürs erste Date. Vielleicht habt ihr ja noch welche für uns, die ihr uns gerne empfehlen würdet. Wer weiß, vielleicht greifen wir das Thema ja noch irgendwann einmal wieder auf. Ja klar, wenn ihr mehr wollt. Schreibt uns Filme und Ideen in die Kommentare. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir sehen uns aber auf jeden Fall in exakt einer Woche, Donnerstag, 16.30 Uhr, wieder mit einem komplett anderen Thema. So viel kann ich schon sagen. Hier wieder bei Depp und Deppert. In dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Ciao.